Uh, meine liebe Freunde und Freunde, Lieder, guck mal, guck mal, ich hab hier mein Häschen, ja, wir haben zwar kein Osteres, ich weiß zwar noch nicht, was Osteres sind, aber mein Freundin gesagt hat, an Ostern kommt das Häschen, ist Osterhäschen, haha, ja, Osterhäschen, okay, ich bin mal gespannt, was das ist, aber guck mal da, die Ebi will mein Häschen auch haben, ne, die kriegst du nicht, ich hab ja gesagt, nein, das ist mein Häschen, gibt's überhaupt nicht, weil wir hatten erst mein Wauzi, ich hatte ein Wauzi mit zwei braunen Ohren und jetzt hat er überhaupt keine Ohren mehr, jetzt ist ein Wauzi ohne Ohr, ja, weil Frau Linz hat gesagt, ich brauch nicht, rauchig zu sein, sie näht die Ohren wieder dran, aber das war nur, weil die Ebi das Hund auch wollte haben und ich wollte das Hund haben und dann hat's plötzlich Krax gemacht und der Ebi hat das Hinterteil gehabt und ich hab nur Ohr in die Schnitz gehabt, ja, das ist das, das ist das Feind von der Ebi gewesen, äh, äh, ja, weil Frau Linz hat gesagt, ich soll nicht so rumjammern, ich wär selber dran schuld, naja, gut, ich hab sie geärgert und dann hat sie der Hund auch haben wollen, ne, ja, aber so ein bisschen ärgern ist schon richtig gut, ne, das macht Spaß, das ist witzelig, aha, und, 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 ich mag die Ebi, ich mag die, ich mag die, und dann ist das nicht schlimm, wenn dann auch mal ein Ohr abgeht, weil meine Frau Linz kann ja nähe, aha, so Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, bis dann, tschüss, euer Wokel mit die weiße Foto, und die Ebi hat auch eine weiße Socke an, aha, ja, tschüss. Möbel